Hallo liebe Zuschauer, wir sind bei Amigo und ja, die Spiele stellen wir euch alle noch im Nachgang vor, aber ihr solltet jetzt auch mal einen Überblick bekommen, sonst dauert es je nachdem ein bisschen länger, aber deswegen kriegt ihr jetzt hier das volle Programm geliefert. Neben mir steht die Andrea. Hallo Andrea. Hallo. Wir fangen einfach mal an, der kleine Rabe Socke. Ein Kinderspiel ab fünf Jahre. Genau, also zum Kinofilm, der im Dezember erscheint, haben wir jetzt auch entsprechend ein Spiel rausgebracht, das sich auch ein bisschen mit dem Thema Schatz finden beschäftigt. Wer sich daran erinnert, wir haben vor drei Jahren Déjà-vu rausgebracht, das hatte eine etwas höhere Zielgruppe, das gibt es jetzt im Prinzip als Junior-Variante. Es geht darum, Symbole wieder zu entdecken. Es wird immer eine Karte aufgedeckt mit verschiedenen Symbolen und Gegenständen, dann wird eine neue Karte aufgedeckt und wenn man das Gefühl hat, dass zum zweiten Mal der gleiche Gegenstand zu sehen ist, schnappt man sich den schnell aus der Mitte. Das ist wunderbar, wenn das richtig war, aber es kann eben auch sein, dass man sich vertan hat und dann taucht auf einmal doch nochmal eine Karte auf mit genau diesem Symbol. Dann hat man natürlich sich falsch daran erinnert und scheidet aus. Die anderen spielen dann noch weiter und für denjenigen, der die meisten Sachen gefunden hat, in der Runde gibt es drei Punkte, für den mit den zweitmeisten zwei Punkte und so weiter. Man spielt nicht mehr als drei Runden, weil sonst irgendwann man wirklich einen Knoten ins Hirn kriegt. Und das weitere Spiel, muss man jetzt schon sagen, Brettspiel, ist sechsnimmend ein Klassiker. Ein Programm haben wir euch auch schon vorgestellt. In dem Fall Autor Wolfgang Kramer, aber acht Jahre, ein bisschen ungewohnt, wenn ich jetzt da drauf schaue, als Brettspiel. Ja, also es ist natürlich erstmal ungewohnt, aber der Sechs-Nimm-Mechanismus aus dem Kartenspiel ist da geblieben. Das heißt, man sucht sich jede Runde ein Plättchen, in dem Fall ein Plättchen und keine Karte aus, legt die dann entsprechend an eine Reihe aufsteigend an. Jetzt bei dem Brettspiel ist es aber so, dass es nicht zwingend die sechste Karte oder das sechste Plättchen sein muss, bei dem man die Minuspunkte sammelt. Es kann vielleicht auch schon nach der vierten sein oder vielleicht erst nach der achten Zahl, die gelegt wird. Und jedes Feld hat auch nochmal Zusatzfunktionen. Das heißt, es kann sein, dass auf einmal dann zwei Plättchen anstatt einem gelegt werden müssen. Man kriegt vielleicht dann doch mal Pluspunkte, weil man ein Plättchen gelegt hat. Also da ist nochmal deutlich mehr Varianz drin. Es gibt auch zwei Spielbretter. Also auf der Rückseite ist dann nochmal eine fortgeschrittenen Version und eine Anfängerversion auf der anderen Seite, wo man ja dann nochmal ein bisschen mehr Finessen hat. Es gibt auch noch zusätzliche Aktionskarten, die dann nochmal ein Tüpfelchen quasi draufsetzen. Buna Nostra in dem Fall. Ja, die Bohnen geht weiter. Die Serie geht auch weiter. Ist auch sehr beliebt bei euch. Auf jeden Fall. Klassiker muss man so ein bisschen auch pflegen. Buna Nostra ist jetzt eine brandneue Erweiterung. Gab es also vorher auch noch nie. Wer Buna Nostra gerne spielt, weiß ja, dass gerne mal Karten ausliegen, die man unbedingt haben will. Man hat aber eigentlich nichts zum Handeln auf der Hand und sagt dann ja auch gerne mal, ach komm, wenn du mir die jetzt gibst, dann werde ich dir irgendwann mal auch einen Gefallen tun und dir eine Bohne geben, die du haben willst. Aber man muss diese Gefallen ja nicht einlösen. Mit der Erweiterung ist das jetzt anders. Das heißt, man kann wirklich physisch Gefallen einlösen und jemanden geben, der dann schwarz auf weiß sozusagen hat, dass man diesem Gefallen noch schuldig ist. Das kann sein, dass man zum Beispiel demjenigen den Gefallen schuldet, dass man nicht an sein eigenes Feld, sondern an das vom Mitspieler Brunnen anbaut oder dass man ihm eine Karte aus der Hand gibt, dass man beim Handeln sich der andere erst was nehmen darf, bevor man selber, selbst wenn man aktiver Spieler ist, zuschlagen darf. Also da gibt es einfach jetzt mehr Möglichkeiten, seine Gefallen auch einzulösen. Damit wären wir beim nächsten Spiel Tatort Tonne. Ist die Tonne dabei? Nee, die ist natürlich nur hier zu ziert in dem Fall. Ja, die ist leider nicht im Spiel enthalten, würde man in so einer kleinen Schachtel auch nicht unterbringen. Tatort Tonne ist ein super Spiel für Großrunden, also kann man mit bis zu 10 Leuten spielen. Ich finde, es macht auch am meisten Spaß, wenn man wirklich eine große Runde hat. Ganz simpel, jeder Spieler hat drei Karten auf der Hand. Jeder ist ein Waschbär, der möglichst viel Müll klauen will. Wenn man drei Müllplättchen gesammelt hat, hat man gewonnen. Man kann sich aber in jeder Runde entscheiden, will ich Müll klauen, will ich vielleicht jemand anderen beschuldigen, dass er Müll geklaut hat oder will ich lieber zur Sicherheit ein Alibe in der Hand haben, wenn irgendjemand anders mich beschuldigt. Es legen alle verdeckt ihre Karten aus. Wer jemanden beschuldigen möchte und eine Der-Bars-Karte spielt, muss dann auf jemanden zeigen und sagen, ich glaube, der hat Müll geklaut, der deckt dann entsprechend seine Karte auf. Wenn er das wirklich hat, ist er quasi überführt worden und fliegt raus. Wenn man aber ein Alibe zeigen konnte, ist der andere raus. Also man läuft natürlich auch immer beim Verdächtigen ein bisschen Gefahr, dass man sich dann selber rausschießt. Alle anderen, die noch übrig sind und haben so eine Clown-Karte gespielt, dürfen sich dann ein Müll-Plättchen quasi nehmen und dann geht die nächste Runde los und wer am Ende eben oder wer als erstes drei von diesen Plättchen gesammelt hat, gewinnt. Ja und das nächste richtet sich dann doch eher an die 10-Jährigen. Also da gehört schon ein bisschen mehr Erfahrung dazu, weil My Life in dem Fall. Genau, es geht darum, so ein bisschen sein Leben selbst zu gestalten und vor sich auszulegen. Jeder Spieler fängt logischerweise mit der Geburt an, hat also eine Startkarte und dann hat man so einen Draft-Mechanismus, bei dem man Karten auf der Hand hat, sich eine aussucht und den Rest der Karten weitergibt. Das heißt, ich weiß auch, was der Mitspieler oder die anderen Mitspieler später noch kriegen. Diese Karte kann ich entweder direkt ausspielen, entweder wenn ich im entsprechenden Lebensabschnitt mich befinde, also wenn wir gerade im Lebensabschnitt 1 bis 10 sind und ich spiele, hat mit 6 Jahren irgendwie Lesen und Schreiben gelernt, kann ich die umsonst ausspielen. Ansonsten gibt es auf diesen Karten Symbole mit bestimmten Anforderungen, die ich erfüllen muss, die dann auf den vorherigen Karten schon abgebildet sein müssen. Also ich muss quasi erstmal Geld gesammelt haben im Laufe des Lebens, bis ich mir ein Haus kaufen kann oder Lesen gelernt haben, bevor ich ein Buch schreibe oder so. Super schön illustriert und wirklich eigentlich auch ganz simpel zu spielen. Man spielt insgesamt 10 Runden und dann werden Siegpunkte gesammelt, die man eben entweder mit bestimmten Ereignissen, mit bestimmten Lebenszielen, mit Sonderkarten bekommen kann oder vielleicht auch mit Liebe. Manche Karten kann man auch mit Liebe nochmal aufwerten, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen am Ende. So und das nächste Spiel, das hat mich, als ich mir überlegen war, das vor 10 oder 15 Jahren, das erste Mal im Spiel, ich glaube, na jetzt setz dich hin, wir spielen was Einfaches, wir fangen mit Lobo an. So und das ist in dem Fall ja auch eine neue Auflage oder wie nennt man es in dem Fall? Ja, genau, wir sagen meistens ein, ja, Denglish, ein Refresh im Prinzip. Also das Spiel an sich ist gleich geblieben, aber wir haben eben die Grafik, die nach 15 Jahren dann eben doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, haben wir ein bisschen aufgepeppt und das stellen wir im Prinzip jetzt dann auch nochmal neu vor, weil natürlich die Leute, die es vor 15 Jahren gesehen haben, kommen immer neue Spieler nach und denen wollen wir natürlich auch ein modernes Spiel bieten. Genau, eigentlich wirklich auch ein ganz simples Spiel, man muss Karten aufeinander ablegen, immer addieren im Prinzip. Wenn ich also da eine 10 liegen habe und ich lege eine 9 drauf, muss ich 19 sagen, der nächste muss dann ab der 19 mit seiner Karte weiterzählen und die Krux ist, ich darf nicht auf Schnapszahlen kommen, das heißt, wenn ich eine Karte auslege und komme auf eine 22 oder 33 oder sowas, muss ich einen meiner drei Chips abgeben, wenn ich keine Chips mehr habe, habe ich verloren, das will ich also nicht. Es gibt aber eben auch nochmal ein paar Sonderkarten, man kann also die Richtung wechseln und das Problem vielleicht wieder jemand anders in die Schuhe schieben, ich kann auch minus 10 zum Beispiel eingeben, dann kommt man wieder ein bisschen nach unten in der Reihe und man kann auch mit einer Mal-2-Karte den nächsten Spieler dazu zwingen, dass er sogar zwei Karten ablegen muss, also man hat dann ein bisschen Varianz, aber ansonsten ist man natürlich der Mathematik etwas ausgeliefert und muss manchmal auch eine Karte legen, die man vielleicht nicht fliegen möchte. Beim nächsten Spiel können wir uns ein bisschen kürzer fassen, Grizzly, das habe ich nämlich vorgestellt, beziehungsweise zusammen mit der Family, die Silke, Elias, Alena, die haben es gespielt, Lachsfang am Wasserfall und gerade diese Schiebespiele sind auch, ja zehn Jahre zurück gab es auch schon welche, aber die sind immer wieder beliebt, deswegen gibt es immer wieder solche Spiele, wo durchaus geschoben wird, wo man drauf platzieren muss und das Ganze durchaus ganz witzig gemacht. Ja, also ich finde auch das super schön aufgemacht, eben auch mit diesem 3D-Aufbau, dass man wirklich den Wasserfall runterfällt oder die Lachse hochspringen, ja, also ganz kurz gesagt geht es darum, Lachse zu fangen, die den Wasserfall nach oben springen, ob sie nach oben springen, entscheiden Würfel, die für jede Reihe, jede Runde gewürfelt werden und ich habe eine Bärenfigur, die ich entsprechend auf dem Wasserfall platzieren kann, um meine Lachse zu fangen. Wenn ich ganz vorne bin, sind da relativ viele Lachse, aber ich laufe auch Gefahr, dass ich vielleicht mit dem Wasser, ja, den Wasserfall runtergeschubst werde. Also da muss man auch immer so ein bisschen überlegen, wie weit will ich da mit dem Risiko gehen. Man kann es natürlich, auch wenn man mit Älteren spielt, kann man auch ein bisschen, ja, ein bisschen taktieren und vielleicht anderen auch den Weg versperren, weil man natürlich nicht überall lang laufen darf. Also da hat man sowohl mit Sechsjährigen als auch mit einer Runde Erwachsenen viel Spaß. Wizard in dem Fall, ja, der Klassiker schlechthin zählt immer noch zu den, ja, Top Ten der besten Stichspiele, Kartenspiel auf jeden Fall. Es gibt auch viele Turniere bei Amigo, könnt ihr mal reinschauen, da gibt es immer wieder regelmäßige Events, aber wir wollen auf das Spiel eingehen, in dem Fall Würfel, ein Wizard mit Würfel. Ja, jetzt werden die Vorhersagen quasi nicht mit Karten, sondern mit Würfeln gestellt, was natürlich nochmal eine andere Herausforderung ist. Es gibt immer einen Seher, das ist quasi der Startspieler, der als erstes auswählen kann und seine Einschätzung gibt, was er glaubt, welche Würfel fallen werden. Der nächste Spieler darf genau diese selbe Vorhersage nicht machen. Also wenn ich jetzt als Startspieler sage, ich mache, es werden vier blaue Würfel fallen, dürfen die anderen Spieler nicht auch vier blaue Würfel sagen, sondern was anderes. Wenn ich jetzt dran bin als aktiver Spieler, kann ich am Ende, wenn alle ihre Vorhersage abgegeben haben, nochmal sagen, welche Farbe letztendlich der Wizard-Würfel geben sein soll und entsprechend damit natürlich auch nochmal ein bisschen Möglichkeit habe, das zu variieren. Es gibt auch Narrenwürfel, das heißt, wenn irgendwie alles schief geht, kann ich auch auf die Narren gehen sozusagen und die auswählen. Das Schöne ist eben auch hier, dass man im Prinzip immer mit dabei ist. Also wenn ich jetzt aktiver Spieler bin und würfel, müssen die anderen ja auch schauen, ob ihre Vorhersagen erfüllt werden. Der Seher kann bis zu dreimal würfeln, kann aber wenn es für ihn passt, auch direkt nach dem ersten Wurf beenden und seine Sachen eintragen und die anderen Spieler haben vielleicht gesagt, es gibt fünf gelbe und am Ende liegt da nur eine. Dann müssen sie die Differenz von ihrer Vorhersage und dem, was tatsächlich passiert ist, sich als Minuspunkte eintragen. Man hat eben so einen Notizblock dabei, wo man das entsprechend einträgt und das Spiel endet, wenn ein Spieler neunmal ein Kreuzchen gemacht hat, also sprich, mit seiner Vorhersage recht hatte und dann wird im Prinzip abgerechnet, wie viele Punkte man in der jeweiligen Reihe gesammelt hat. Und das letzte große Spiel, muss man schon sagen, wo auch ein bisschen verzögert war, aber jetzt ist es endlich raus bei euch in dem Fall, Carnival of Monsters, sagt nur Richard Garfields. Und ja, das Spiel ist, was ich jetzt momentan gesehen habe, durchaus beliebt, aber um was geht es denn hier überhaupt? Es wiegt alles ein bisschen düster. Ja, also es ist für Amigo-Verhältnisse auch wirklich ein besonderes Spiel für uns, weil es ein bisschen komplexer ist als unsere anderen Spiele und es eben von den Illustrationen wirklich auch ein bisschen mysteriöser und düsterer ist. Es geht darum, dass man in die monstrologische Gesellschaft aufgenommen werden will und muss natürlich dafür möglichst tolle Monster präsentieren, die man in bestimmten Ländern nur fangen kann. Also es gibt verschiedene Länder wie Wasser, Wald, Traumlande, Feuerlande und so weiter. Und auch hier ist ein Drafting-Mechanismus, das heißt, ich habe Karten auf der Hand, suche mir eine aus, die ich in dieser Runde ausspielen möchte und gebe die anderen weiter. Diese Karten, wenn es Lande sind, kann ich sie direkt ausspielen. Wenn es Monster sind, kann ich sie nur ausspielen, wenn ich vielleicht auch schon ein Land habe von dieser Sorte und wenn auch quasi die Power des Monsters mit dem Land übereinstimmt. Also wenn ich ein Land mit zwei Punkten ausgespielt habe, aber ich habe jetzt ein Monster mit drei Punkten, muss ich erst mal warten, bis ich das ausspielen kann. Ich kann also Karten auch noch ablegen und erst mal lagern. Das kostet mich allerdings Geld. Und das Problem ist, wenn ich kein Geld mehr habe, muss ich mir Kredite holen und die geben am Ende Minuspunkte. Das will ich also im Zweifelsfall nicht. Da muss man immer ein bisschen gucken, dass man nicht komplett leerläuft mit dem Geld. Es gibt vier Runden, also vier Saisons, die gespielt werden. In jeder Saison gibt es auch einen Monster, das besonders beliebt ist. Es gibt dann nochmal zusätzliche Siegpunkte. Es gibt auch noch Mitarbeiterkarten, die einem helfen können, Monster entweder im Zaum zu halten oder vielleicht auch helfen, dass man in die Lande, wo man die Monster fangen will, schneller kommt. Es gibt Events, die noch zusätzliche Punkte oder Geld bringen und geheime Ziele, die kein anderer außer mir kennt. Und wo ich vielleicht am Ende nochmal bei der Schlussabrechnung ein bisschen punkten kann, weil keiner wusste, dass ich dieses Ziel habe und damit nochmal Siegpunkte sammeln kann. Genau, das ist so der Schnelldurchlauf. Ansonsten kann man auch sagen, dass die Monster natürlich unterschiedlich gefährlich sind und es nochmal so eine Gefahrenprobe gibt mit Würfeln, die solche Käfig-Symbole haben. Und wenn das auch wieder nicht passt zu meinen Symbolen, die ich auf den Karten habe, muss ich auch da gegebenenfalls Strafe zahlen, wenn ich meine Monster nicht im Zaum habe. Blackboard Musik 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 Bis zum nächsten Mal.